jetzt bestimmt das sind jetzt einfach glaube ich nicht die richtigen zweig die da gekauft habe aber wir sind ja die bastelschwaben die machen aus dem einfach irgendwas das beste sagt mir alle ich bin gut du bist der beste schaut es mal aus dass die Mengele nicht ganz gleich ist aber der Rest ist gleich die schauen jetzt auch besser aus zu den Katzen das andere war vielleicht ein bisschen zu poppios jetzt hol ich mir mal einen Kaffee und dann komme ich wieder soll ich dann was sagen in der Zwischenzeit oder lieber nicht du kannst wie du willst das mit dem Moos gefällt mir jetzt gar nicht so gut aber das ist nämlich ein anderes Grün wie das was ich da als Zweige habe und darum ist es jetzt gar nicht so toll aber gut meine Kinder sind jetzt schon so groß damit sie nur die ganze Zeit am Adventskranz rumzupfen da steht jetzt gerade mein Sohn im Hintergrund und lacht sich einen so jetzt brauche ich noch vom Chef die Meinung ob das dann so im Groben passt aber der versteht da wieder nichts davon sagt er da habe ich noch so eine schöne Lichterkette die habe ich in den Tiefen meines Bastel Accessoires rausgesucht die jetzt da ganz gern noch rumhängen und dann noch ein bisschen so ja einfach ein bisschen nur ausdekorieren doch kommt schon noch da wollte ich die jetzt eben fragen ob der so passt oder ob ich den vielleicht doch schaust du einfach von vorne mal drauf dann dann siehst du das doch besser wie ich jetzt von hinten also ich schau jetzt mal von vorne drauf da soll ja so generell ja gefällt mir gut passt der so wie der guckt so rum das gefällt mir nicht ganz so also ich hätte ihn ein bisschen so ja noch weiter drehen Moment so den ich hindrehe ja so so den ich drehe genau ein wenig raus ja vielleicht ein wenig raus das ist genau so gefällt er mir besser so dann brauchen wir da noch ein bisschen so anderes Glimpäden ich muss jetzt meine wertvollen Späne aufräumen Schatz mach das also ich habe da noch ein bisschen so alten Gruscht jedes Jahr bleibt ein bisschen was übrig mal sehen das ist jetzt besser das ist gut oh Scheiß dann sehen Sie den ganzen Dreck was du in meiner Werkstatt machst du tust jetzt die Perspektive ändern damit die mir auf den Arsch sehen oder? da habe ich noch gar nicht dran gedacht warte ich hole noch eine zweite Kamera ach nee das lassen wir von der Kamera weg das mache ich selber die Funktion erkläre ich zur Chefsache ich weiß nicht was ich noch Papa soll das ist jetzt ja das gleiche du hast lachen wenn die Nadler verlieren dann fallen die Kugler weg die verlieren ja keine Kugler äh Nadler du bringst mich noch ganz durcheinander jetzt muss ich das mal anschauen wenn da ein bisschen Licht dabei ist vielleicht noch schöner war so jetzt ist er fertig unser Kranz der erste Nummer eins ich finde er ist nicht schlecht geworden wir haben alles ausgeschöpft was wir noch so gefunden haben ja da ist halt auch die Kreativität gefragt also mit dem arbeiten was man hat aber das können wir ja ausgesprochen gut genau das passt glaube ich so dann machen wir uns nämlich an Nummer zwei so jetzt bist dann du wieder gefragt jetzt habe ich da ganz 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 schöne Kürzen Teller jetzt kommt dann die Deko Tussi Nummer weiter jetzt brauchst du dann nie wieder au habt ihr das gesehen? Gewalt in der Ehe Gewalt nennen du das liebes Dätscherli da schau mal her so jetzt musst du mir Löcher bohren die müssen wir jetzt anzeichnen da kann ich ja gar nicht arbeiten Hilfe jetzt hast du dann so staubige Abträger und eine Backe da holt jetzt ich mir mal einen Bleistift weil da wirst du jetzt von mir gleich was wissen wollen schätze ich ja du musst jetzt gucken ob man da so wie ich das jetzt an draufgestellt habe ob du da so die Löcher bohren kannst wie da bohren du darfst filmen ok? so Moment jetzt gehen wir mal da rüber und schauen da seht ihr da seht ihr jetzt einmal die ganzen Ringe die ich angezeichnet habe und glitzen und glitzen so jetzt haben wir da Löcher drin soll man das noch mal schnitt drauf also dann bürsteln wir das noch mal ein wenig das ist jetzt voller Dreck jetzt müssen wir zuerst überlegen ob wir da unten vielleicht wieder Filzler rein machen am anderen Adventskranz den haben wir ja schon mal in einem Video gebaut da ist unten dran sind da Filzler dass wenn man es auf den Tisch stellt oder auf ein Sidebott dass das da nicht verkratzt Finger weg also dann suchen wir jetzt nur nach Filzler weil das wäre wahrscheinlich auch sinnvoll da eine drauf zu machen meiner Meinung nach und heute spielen wir ja so wie es ich will wenn man außen an der Rinde noch was hat dann kann man das auch mit der Bürste weg machen drei große eins, zwei, drei einverstanden? du hast halt immer den Vorteil wenn du bloß drei nimmst dann wackelt nix ein Dreibein wackelt nicht also da muss noch ein bisschen was weg wo muss was weg? wie weit wüschen wir denn hier nicht? ja, schon nein, zu weit geht da nicht mehr also gut leg mal deine Zwei drauf und nachdem das möchte ich ja jetzt gerade ich bin schon dabei mein Liebling so, das ist so eine schöne Scheibe da braucht man gar nicht viel Moos zum Kaschieren ja, da brauchst du nicht viel Moos also da können wir einfach bloß mit Zweigen arbeiten ja, da weiß ich nicht ob dann meine Teller da noch Platz hat da steckt doch den Teller einfach mal rein ja, sehen wir doch also was mir da angefallen würde das wäre, wenn man Füllwatte vom Kissen nähen könnte man das oder von Kuscheltiere aus da da würde mir sowas lustig sein aber wenn man die vielleicht dann wie so Schnee da drauf verteilt also bitte nicht von den Kindern die Kuscheltiere aufschneiden und das Innerleben raus tun das könnte so Ärger geben wenn da ein Hase auf dem Adventskreuz liegt das ist das Ganze denn jetzt bring ich es nicht mehr raus jetzt muss mein Schatz nicht mehr raus machen jetzt bin ich wieder dran wie es halt im wahren Leben ist wobei es doch gar nicht ganz schlecht ausschaut weil das ist dann so weit oben du hast noch wieder gesagt ja, ist ja recht du kannst mir doch immer nicht vorstellen das musst du doch schon wissen naja, was sagt noch? ne, du hast ja auch nicht so ein Auge wie ich aber den hätte ich jetzt noch gar nicht ganz unten ja, weil ich jetzt noch nicht mehr mit dem längsten Stil für das niedrige Stil auch jetzt glitzert es mal richtig in deiner Werkstatt, he? nicht immer Platz so so, so schaut es jetzt schon mal von vorne aus jetzt muss ich es mal umklären sonst schimpft du, Chef da hast du halt jetzt so blanke Ställe drin die solltest du ein bisschen irgendwie kaschieren ja das und das da vielleicht entweder noch mal hintagern ja, ne, 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 das lass so da hab ich noch was vor damit das ist schon so es ist schon so gedacht kristine 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 emo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also mir gefallen sie gut Einer für uns, einer für eine Freundin Es wird jetzt schwierig, sich zu entscheiden, welcher bei uns bleibt und welcher dann weggeht Weil, ich weiß auch nicht, mir gefallen beide gut Aber wahrscheinlich, wenn wir den weggeben, weil der sitzt ja eher schon so konzipiert, damit man den an eine Wand schiebt Und wir stellen sie ja eigentlich auf den Tisch Ja, genau Ansonsten, was sagen wir noch? Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video Wir hatten dann auf jeden Fall, dass wir Regie führen, meine Frau Und wir sehen uns spätestens zum zweiten Adventsvideo Und verbleiben jetzt so Wir wünschen euch einen wunderschönen ersten Advents Vor allem einen gesunden ersten Advents Ist ja zu der Zeit gerade nicht mehr so einfach Und wir verbleiben eure Bastelschwaben und sagen Tschüss 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 Das ist so